Ich bin überglücklich. Ich bin überglücklich wieder in Deutschland zu sein und da auch wirklich überglücklich bei einem Traditionsfall im KSC zu sein und ich freue mich auf jeden Tag. Es ist heute eine emotionale Stimmung im Stadion. Es war das letzte Spiel im Wildpark und die will ich jetzt auch mal wirklich genießen, weil ich bin bei einem Traditionsverein und ich freue mich gleich, was noch passiert. Das ist düstere Wувenspiel im Professorin. Hallo Fabi! Hi Marvin. Wie kann ich dir helfen? Ich wollte mir mal das neue Stadion angucken. Ach, wir krieg' es aber von außen. Wird auf jeden Fall ein cooles Stadion, Fertigstellung ist ja aber erst 22, also wieso willst du das wissen? Wird auf jeden Fall ein cooles Stadion, Fertigstellung ist ja aber erst 22, also wieso willst du das wissen?